Achtung Achtung! Jetzt wirds wieder heiß und fettig! Wir spielen wieder GTA 5 Custom Maps zusammen mit dem Hero. Oh yeah! Ich bin gespannt ob es heute besser läuft. Als gestern in dieser fetten Session. Welche fette Session? Was? Du musst hier rein, das weißt du? Wie bist du da reingekommen? Ach das ist ne Schanze. Alter ich dachte das wäre ein Hindernis. Oh Gott wie dumm. Läuft heute auf jeden Fall besser als gestern. Nein! Ich schaff den Sprung nicht mal. Man muss das Jobschild mitnehmen. Dahinten springt er schon wieder. Ah ich bin schon fertig mit der Map gleich. Ich merke das. Aufs Deckel Boywide Extreme meine Freunde. Bisher alles First Try. Ich schaff den Sprung schon wieder nicht. Warum? Was ist da los? Krieg den Punkt unten drunter. Oh das ist schon assi hier. Okay doch nicht alles First Try. Ja man kriegt den Punkt unten drunter. Oh er cheatet den ersten Punkt schon. Das ist ein Lappen Freunde. Falls ihr also grad bei Hero zuschaut und wissen wollt wie es richtig geht. Dann kommt nicht bei First Try. Dann kommt nicht bei First Try. Ihr kennt ihn nicht richtig. Er cheatet noch mehr als ich. Tut mir mal so. Scheinheilig. Scheinheilig? Siehste? Er kann es doch nicht mal richtig aussprechen. Ich muss den Weg abbremsen. Ja. Oh fuck. Ich fahr voll gegen. Ich fahr voll gegen. Spirale hoch. Da ist ein Container. Wo muss man jetzt hin? Bin ich hier richtig? Wofür nicht. Hä? Ach da oben da? Das muss man auch erstmal sehen. Oh oh oh. Alles von neu. Gigi. Alter ich weiß wo du hinein abbremsen musstest. Fuck. Alles neu. Ach du bist alle hier? Ja ich sag ja alles von neu. Aber ich fahr schon viel weiter als du. Das tut ja nicht zur Sache, du bist auch noch hier. Jetzt fahr ich gegen den Container. Ey, ich fahr schon wieder gegen den Container, warum? Hi Fresh. Hi, wie geht's? Oh, du selbst. Ach komm, lass mich. Als ob du's nicht schaffst. Was hast du überhaupt gelegt? Die Taftbomb oder Anhörungsmitte? Anhörungsmitte, sie blinkt. Ey, fährt dran vorbei. Ja, fängt lustig aus. Wow, mein Sound war gerade kurz weg. Echt? Wo? Keine Ahnung. Wackelkontakt hoffentlich nicht. Oh, was mach ich da? Was macht er da? Was machst du dagegen? Ich fahr grad in schnäppend Tempo. Diesen, alright. Ist gerade noch mal gut gegangen. Denk dran langsam zu fahren. Nein! Wie dumm, diese Auffahrt! Welche Auffahrt? Ja, dann weiterfahren. Auf der rechten Seite. Auf den zweiten, oder was? Ja. Die hast du nicht geschafft? Cool. Dein Ernst? Eine Anhörungsmitte? Dein fucking Ernst? Dafür hatte ich Zeit. Dein fucking Ernst? Nee, ich lass es jetzt aber mal. Ey, schon wieder? Hat das geklappt? Ich weiß es nicht, Freunde. Der hat schon wieder was geworfen. Ja, war so im Runterfall. An den Container da, oder? Ja, da in der Nähe. Ja, der liegt unter dem Container. Ah, scheiße. Er hatte auch was gelegt. Ach, bullshit. Da liegt's schon, ey. Direkt in zweifacher Ausführung. Was ist los hier? Nicht geschafft? Nee. Warum? Weiß nicht. Mich hat irgendwas aufgehalten. Ich kann's noch nicht identifizieren, oder? Okay, das haben wir. Och Gott. Wieso fahr ich denn so scheiße jetzt? Oh, hier kommt noch ne. Dann ist Woiward und da ist man mega rutschig dran. Jetzt hören wir auf den Wien, okay? Ja, ich hab keine mehr. Als ob du keine mehr hast. Keine Ahnung, ob ich noch welche hab. Ah doch, ich hab noch zwei hier. Ich hab auch noch zwei. Geil. Na, die lege ich jetzt noch. Na, leg die mal. Und dann fahr mal weiter. Und dann kommst du genau zu mir wieder. Und dann ist das alles gut. Jetzt, was ist denn das da drunter für den Container? Wie, was da drunter? Den brauchen wir nicht. Ja, unter dieser Räume. Wobei, man könnte bestimmt flippen, wenn man will. Ja, vielleicht geht das ja. Ja, aber ist doch unnütz. Brauchen wir nicht. Ja, aber wär doch geil. Alternative Wege. Wird es gut abspringen? Jawoll. Abspringen? Fick dich. Er fliegt mit dem Fallschirm, ey. Hä? Nein. Aber gute Idee, aber nein. Was? Oh, da ist unter dem Speed so ne Rampe vorstellt. Nein, ey. Was ist denn los mit mir? Oh du scheiß mal. Ich musste nur meinen Annäherungsminen dodgen, deswegen musste ich gut abspringen. Achso. Ja, dann dodge mal der am nächsten. Ich nehme erstmal deine hier am Boyward mit. Nein, doch nicht. Selbst dafür bin ich sicher. Oh jetzt jage ich sie leider selber hoch. Geil. Einer hatte ich ja noch, war. Wie müssen wir denn jetzt hier fahren? Ab hier rein. Das mit dem Flip funktioniert übrigens nicht. Ach du bist so ein Penner, Alter. Ich hab noch zwei hier. Eine lag da noch. Ja, ja. Hä? Ne, da sollte keiner mehr liegen. Doch, doch. Zwei explodieren und eine lag noch. Hä? Nein. Ich hab noch zwei im Petto meine ich. Irgendwas hat da geblinkt. Alter, was machst du denn? Ja, ich hab den Container mal wieder mitgenommen. Aber ich hab keine mehr da gelegt. Vorne lagen doch schon zwei oder nicht? Vorne lagen zwei und hinten eine. Ich hab noch zwei. Ah, was mach ich da? Schon wieder gegen den Container. Ja, ich weiß nicht ob hier wirklich nichts mehr ist. Leg mal lieber was um nachzugucken. Wie geht's denn weiter hier? Da in der nächsten Woche. Da in der nächsten Woche. Oh, Freunde. Ich hab vor dem, vor dem Dreher. Ach mit Sprung ey. Fuck. Ja, vor dem Dreher hab ich zu sehr abgesbremst. Und bin dann unten gegen die Rücke. So, jetzt schaffen wir's, Freunde. Der 2 sitzt. Außer Hilo hat da hinten was gelegt. Was soll ich nachlegen? Ich hab nichts mehr. Ja. Ja, nicht mehr. Ne, ich hab das jetzt gerade die ganze Zeit selber ausgelöst, die Scheiße. Schade eh, ne? Ja, hier blinkt aber nix mehr. Du musst dich verguckt haben. Ja, das ist nütz. Ja, scheiße. Hätte ich viel früher zünden müssen. Hat da gerade auch was gepiept, Alter? Dein Ernst? Ne. Ich schaff diesen Sprung nicht. Aber es ist eigentlich wieder richtig easy, aber keine Ahnung. Nach oben? Fresh Hats oder was? Jetzt erstmal gucken, wohin muss man? Hä? 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 Ich hab keinen Plan, wo man hin muss. Ah! Alter, hab ich gerade ausgelöst. Die Scheiße von dir noch. LOL! Okay. Nein! Zum Glück schaffst du's nie so weit, weil sonst würde ich jetzt echt verkacken. Kackmine ist weg. Hast du noch eine, glaub ich. Einer hab ich noch im Pattern, ne? Für ganz am Ende, ne? Richtig mies, man. So, okay. Du kommst mir nicht entgegen, alles Gute heute. Was? Oh! Nein! Alles von neuem. Korrekt! Ah! Eine Mine hab ich noch. Ja, ja. Wie da hinten in der Röhre? In der Röhre? Die hab ich ausgelöst. Ne, noch weiter hinten. In der nächsten Röhre. Wo du nicht dran vorbeikommst. Du landest genau da. Uzi... Muss ich dann ballern. Sehr gut. So schnell kriegst du nicht mal die Uzi in dir. Fuck! Aber du solltest sie schon mal in die Hand nehmen. Vielleicht schaffst du's ja doch. Und dauerhaft im Zielmodus unterwegs. Ja. Du kannst deinen Haftraum übrigens wieder zünden. Ich bin schon durchgegangen. Ich hab keine. Was? Keine gelegt, mein ich. So, noch hoch. Runter. Hoch. Oder vielleicht genau andersrum. Man weiß es nicht, ne? Naja, ich glaube du hast die Wahl gesagt. Versuch's jetzt noch schlecht zu verschleiern. Ich kenn dich falsch. Ja, so bin ich. So bin ich. Aber ich muss erstmal da hinkommen. Runter hoch. Eine Annäherungsmine. Ich glaub du wirst lieven. Der droppt einfach. Glaubst ich werde lieven? Ja, die hab ich echt richtig assi gelegt. Muss ich sagen. Oh, zu weit oben! Nein! Gibt es nicht. Viel zu anspruchsvoll nach den Maps von gestern. Hm. Muss ich erstmal wieder drauf klarkommen. Hm. Und du hast es oder was? Nein! Nehmt nicht! Ich darf nochmal alles von neu. Halt's auf! Wie viel muss man denn dann machen? So viel ist es gar nicht. Ohhhhh! Ohhhhh! Nein! Wo hast du es verkackt? Ohhhh! Bei dem scheiß Wallrider! Nach oben, du? Ach da! Leute, der ist einfach. Hast du mir nicht zugehört hier oben, unten, oben? Ne, andersrum hast du gesagt. Bist du sicher? Ja! Ich bin mir sicher, ich hab oben, unten, oben gesucht. Nein, hast du nicht gesagt. Doch, hab ich gesagt. Aber was muss man machen? Unten, oben. Ja, fahren! Oben, unten, unten. Ich würd fahren, Flash! Wer kommt denn da? Ja, ich! Ja! Und? Er kriegt die Drehung nicht ordentlich hin hier. Verpiss dich. Scheiße, ich hätte dich vorfahren lassen sollen. Oh oh! Hier, wo? Ich würd fahren! Ey, wie ich droppe, Mann! Fuck! Ciao! Vielleicht doch oben, unten, oben? Wieso? Unten ist er okay? Ja, du droppst ja scheinbar mehr, gell. Ja, komm. Ich bin ja durch! Ich weiß noch nicht. Nein! Ich hab meine... Ohhhh! Ich hab die richtig... Behinderte Annäherungsmino ausgelöst. Oh nein! Und jetzt fahr ich noch falsch an dem Wallride, oder was? Korrekt! Oh, das gibt's doch nicht. Wenn man's zu schnell macht, würde ich freuen. Ja, ist wirklich so. Miro, ich würd fahren an deiner Stelle. Ich bin jetzt in der Röhre. Also chillig. Fahre auf den hässlichen Sprungscheiß-Wallride hier. Spirale hoch. Sprungscheiß-Wallride hier. Oh fuck! Was los? Ich hab's nur noch nicht geschafft. Wo ist das denn verkackt? Ja, wieder auf dem Wallride, ja. Ich denk Spirale hoch. Ja, da war ich ja durch. Die ist ja nur... Zwei Sekunden. Ach, der... Nee, da kommt noch ne Spirale dabei. Ach so. Ja, nee, hab ich noch nie gesehen. Und nach der Spirale hatte ich meine Annäherungsmino gelegt, aber schon selber was genuss. Aber der Wallride ist doch easy. Oben? Runden? Oh, schnell! Ja, man muss auch oben fahren. Wenn man runter da ausweicht, hat man zu wenig Speed. Ja. Ja. Hör auf ein neues. Ich bin schon wieder raus. So, ich bin wieder im Wallride. Wo ist eigentlich der Punkt? Den kann man nicht schicken. Bist du sicher? Ja. Warum? Weil man den nicht schicken kann. Hä? Oh nein! Oh, oben, unten! Oh! Ja! Nein! Oh, Freunde. Nein! Es tut so weh. Oh, ja, ja, ja. Bist du da direkt hinter mir, ne? Nee, ein bisschen Abstand habe ich, aber ich hole dich jetzt gleich in der... Da bei dem Wechsel hole ich auf. Meinst du? Ja. Weil du nicht direkt weiterfährst. Du bist so ein Dicker, Alter. Oh, ja. Ja, ja. Ah! Wir haben noch mal zusammengefahren. Aber nein! Freunde, jetzt müssen wir es mal langsam schaffen. Ich will ja auch nicht zehn Jahre an einer Map sitzen, Leute. Komm schon, gibt's... Was? Da ist eine Schanze unterm Speed. Hiro will übermorgen in den Urlaub. Ja, da ist eine Schanze unterm Speed. Hä, wo bin ich denn jetzt hier? Oben, unten, oben. Wo bist denn du jetzt? Ich kann hier nochmal zurückfahren. Hä, wie zurückfahren? Und dann nochmal auf. Ich versuch das mal. Wo bist denn du gerade? Nein, das geht nicht. Wo warst du denn? In so einem komischen Hindernissenrohr. In so einem zweiten Rohr da unten. Bei dem Warhol. Achso, in so einem Teil. Ach, da vorne warst du bestimmt. Auf den Speed sind Schanzen, ne? Guck ich zu dir und fahr das hinweist. Nicht auf allem. Oben, unten, oben hier. Merke meine Worte. Ach. Ja, was? Ach. Jetzt fahr ich hier noch runter. Guck halt in meine Aufnahme. Oben, unten, oben. Soll ich deine Scheiße gucken? Du guckst jedes Mal. Du schreibst immer Kommentare, Junge. Ich guck doch nix. Ich guck da mal rein, so auf der Arbeit kurz. Ja, ist ein Klick. Plus ein Kommentar meistens. Und ein Like. Ist doch schön. Plus ein Nein. Aber ist so richtig. Ich bin richtig kollegial halt. Richtig kollegial. Aber dann so, als ob ich deinen Scheiß gucke. Du guckst dir das lange. Ich mach auf, drück Stopp und dann gucke ich mal so ein bisschen durchzappen. Du musst die Kommentare schreiben. Ja und? So, jetzt schaffe ich's. Manche Sachen gucke ich, die ich nicht hochlade oder so, weißt du? Also hier das zweite Video. Nein ey, fuck you. Was denn? Ich komm auf diesen billigen Scheiß-Warber halt nicht klar. Echt nicht? Ja. Komm ich noch an? Komm ich noch an? Nein! Muss eigentlich immer so was am Anfang, ne? Hast du mal getestet, ob der Unflip ist? Da muss man ja nicht immer so behindert anhalten, ne? Ja, ich hab das einmal getestet, aber dann ging nicht so wirklich. Keine Ahnung, ob's vielleicht doch geht und ich einfach falsch gemacht habe. Ich fall runter, Ernst. Deine Anerungsmini ist da immer noch am Piepen an dem Container. Aber man muss auch gar nicht anhalten, man kann da top-sweet rüber vernehmen. Ja, mach ich doch die ganze Zeit. Nein, so. Ja, doch Tilly, du bist der Einzelne, der anhält, deswegen meinte ich, ich hole da auf. Ich halt doch gar nicht an. Ja, jetzt nicht mehr vielleicht. Aber so eine Annäherungsmini könnte ich da schon noch... Oha, was mach ich da? Oh, Freunde, jetzt eine Runde konzentriert. Eine einzige. Okay, mach ich mit. Fuck! Hat es gut funktioniert bei dir? Okay, second try, concentration. Vorher war nur so... wie rückwärts fahren. Albern rumfahren. Die sinnlose Stop-Share, das hätte ja ein bisschen riskanter platzieren sollen. Hä? Nein, hätte er nicht. Oh. Wäre doch kacke für uns. Ja, aber das hält ja echt nichts weg. Egal, ob es oben oder unten ist, es hält nicht auf. Die Map hier hält allgemein nichts weg eigentlich. Man schafft es halt einfach nur nicht, weil man umfähig ist. Ja, weil man nicht konzentriert ist. Ich fahre jetzt wieder oben raus, ey. So, ab jetzt brauche ich Konzentration. Konzentration? Ja. Nicht Konzentration, ist das nochmal eine bessere Stufe? Ja, ja. Doppelt gemoppelt hätte ich besser. Wobei hier brauche ich einfach nur Glück. Glück? Ja, vernünftig an diesem fucking Wall-Wall zu kommen. Wo bist du gerade auf der Map? Ich bin ganz am Anfang wieder. Okay, gut. Warum? Ja, weil ich abgucke. Nee, ich muss diesen Hindernis-Wall-Wall zurückfallen. Nein! Oh, fuck. Oben, unten, oben. Richtig durchgezogen, Juppe. Was ist denn da los? Danke fürs Anschubsen. Kein Ding. Machen wir schneller. Nein! Warum sollt ich? Ich hab alle Zeit erwähnt hier. Hinter mir ist keiner. Wollt nur zum Abgucken mal hinterher fahren. Du bist auch so einer, der an mir abgucken lässt, ne? Bei der Schule und so. Ich hab immer die Bücher da aufgestellt, so weißt du. Damit man da nicht den Ordner so in der Mitte. Immer die Lehrer gefragt, ob ich nicht alleine schreiben kann. Immer extra krank gewesen an dem Tag. Damit keiner abschreibt. Nicht damit ich später schreiben kann, sondern damit keiner abschreibt. Ach, fuck, ey. Jetzt mach ich immer dümmere Fehler. So, wieder Wolle zurück. Oben, unten, oben. Ist halt nie so uninteressant, ne? Merk dir das, ne? Oben, unten, oben. Ich dachte, oben, unten, oben. Oder unten, oben, oben. Jetzt mal. Okay, bin soweit. Oh, dann muss ich jetzt. Ach, wieder nach oben. Okay. Oben, 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 oben. Röhre, röhre, röhre. Er ist in der Röhre da oben. Ja, aber was kommt hier noch? Ich hab schon dezente Angst, dass man hier irgendwo rausfällt. Oh, das ist assi gebaut. Nein, nein! Nicht explodieren, nicht explodieren. Da ist dieser Fuck-Krampe, Alter. Ich weiß nicht, wie ich da langfahren soll. Unten. Was für unten, da war ich auch schon. Kannst du unten, kannst du bequem langfahren. Wie soll man denn da runterkommen, wenn man oben erst langfahren muss? Einfach nach unten fahren, das mach ich jedes Mal. Ich dachte, bestimmt schon 502 ist so. Mindestens. Schon wieder nicht, schon wieder nicht. Nicht explodieren, nicht explodieren. Oh, schade. Alles gut, alles gut, alles gut. Nicht explodiert. Freunde, erstmal kurz Luft holen. Hol' du mal Luft. So, wie soll ich jetzt fahren? Oben, unten, oben. Als ob man so da fahren muss. Das schafft man gar nicht, vom Platz her. Echt? Okay, hier bin ich. Was muss man hier machen? Kommt hier irgendwas Assiges? Spirale mit Trump, ernsthaft? Hast du einen Punkt? Ich werde ihn nicht kriegen. Oder? Nein! Korrekt. Oh, Freunde, ich muss erstmal durchatmen. So, hier ist ja easy. Ich muss erstmal durchatmen. Ich war so weit, Freunde. Nein! Erstmal einen Schluck trinken. Oh, fuck. Nein, jetzt fährt er. Schade, schade. Ja, was soll ich sonst machen? Ja, nicht. Und was wolltest du denn machen, dass du sagst, nein, geht's fern? Ich wollte dir eine Haftbombe ans Auto kleben. Richtiger Assi. Und dann so, nach einer halben Stunde, wenn ich dich nicht mehr gesehen habe, bam. So viel zum Thema, richtiger Assi. Nein. Ja, du hättest mir das halt nicht sagen sollen, weißt du? Hallo, das waren nur Worte. Leere Worte. Leere Worte. Das ist kränzter Mobbing hier. Du jagst mich doch die ganze Zeit hoch. Ja, ich wehre mich halt, ne? Ja, genau. Einfach in die Fresse hauen, wenn dich einer beleidigt will. Klar, wenn man. Respekt, Schelle, was ist los? Respekt, Schelle. Jetzt verkack ich's hier. Freunde natürlich nicht nachmachen. Ja, doch. Flash hat's gesagt. Ja, ne? Vorbild. Haut den Leuten einfach. Nein, in dem Sinn bin ich echt kein Vorbilder. Weil, wenn mich jemand abgefuckt hat, hab ich das durchaus mal gemacht. Also, jetzt nicht in die Fresse gehauen, aber schön gepackt und keine Ahnung. Und richtig rangenommen. Ja, ja. Ich kenne deine Methoden. Richtig rangenommen. Richtig rangenommen. Special Methoden sind nicht jugendfrei, Leute. Woher kennst du meine Methoden? Mann oder Frau, da wird dann hart durchgegriffen. What? Deswegen ist dein Po keine Jungfrau mehr, meins? Ja, ist so. Echt so. Ey, ich fahr schon wieder über die Schanze. Was ist falsch? Iroh, die ewige Jungfrau. Ja. Ist halt so. Ja, ist halt so. Vom Sternzeichen. Kannst jetzt deine Haftbombe übrigens zünden, ne? Bin in der Röhre wieder. Die Map fuckt ein bisschen ab. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, warum? Kannst du es endlich mal schaffen. Bin gerade dabei, in der Tat. Also, kannst zünden. Hab ich. Was kommt hier noch? Ernsthaft? Als ob du weiter bist als eben. Ja. Warum nicht? Weil du... Weiß ich nicht. Ganz unten. Nein, da war wieder die Schanze. Da kann man nicht runterfahren, Alter. Fick dich. Mach ich doch immer, Junge. Fick dich einfach. Oh, würde ich jetzt runterfallen? Nein, ich würde einfach heulen. Ich würde heulen. Ich würde heulen. Ich würde heulen. Freunde, ihr habt gesehen. Ich bin runtergefallen. Aber du hast den Punkt. Hab den Punkt dabei bekommen. Nein, bin ich heute gefallen. Nein. Was kommt hier noch? Was kommt hier noch? Oder ist das einfach nur ein Drum? Und das sieht nur so krank aus. Ach so, das ist dein Ding, ne? Nein. Wohin muss ich? Mein Ding? Das sieht einfach nur krank aus. Bin ich hier richtig? Ah, da. Auf die Straße. Ich bin an so einem Plakat abgeprallt, aber genau gerade. Ei, ei, ei. So, sind wir wieder hier? Nee. Jetzt gleich geht es wieder auf diesen Kack. Alright. Bist du sicher? Wenn ich mich nicht überdrehe. Überdreht der, Freunde. Hast du es gesehen, oder was? Ach, du bist im Ziel, oder wie? Ja. 5 Sekunden. Selbstmord. Oah. Wer schafft nicht mal Selbstmord, Freunde? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut aber hier oben vorbei. Bis dann, oder? Ciao. Ciao. Ciao.